so nachdem wir wahrscheinlich in zwei teile geteilten ultra langen ja die zehnten level äh die mod 20 level kommt nun level 28 gut dann wollen wir mal direkt rein starten so hier war der dach mit dem flashlight stocker partie gut dann immer mal das level haben wir einfeld aus extermination den cloud oder vielleicht gibt es das level deswegen nicht mehr ich werde dich auch nicht mal treffen junge ich werde dich schon mal wieder treffen lässt So, alle weg. Alle weg. Sehr schön. Gut, na dann. Let's save the game. Biatch. Hier kann ich nicht. Voll ist ja. Wow. Whoa. Wir laufen hier. We gaan. Okay. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zwei Tür Ja, das ist wirklich genau das Level aus Extremation Day Oh my god Da bleib ich hängen, da bleib ich hängen, da bleib ich hängen Hier bleib ich hängen, ich bleib überall hängen Mann, kann man bei einer Tür drei Ecken einbauen Ah ja, komm Hallo? Wow! Ach, Alter! Wieso würde ich überall hängen? Oh god, oh god, oh god Digger, wie geht denn das auf nochmal? Oh my god 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 Wie konnte ich da nicht mord auf der gang bleiben? Oh my god Ich bin noch ein paar Mal versuchte. Ich habe jetzt einen Schraub bekommen. Loser ist hier. Ich bin noch nicht. Es ist hier. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Das war's. Achtung! Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? 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 Die Gegner drinnen sind Ah, komm raus. Ah, hab da gesehen. Und so sind hier fast alle Räume. Das ist also eine richtig schöne Scheiße. Jaaa, solcher Film gibt's auch noch. Ach, noch kein Zug da rein. Interessant. Ah, da geht's auch. Und das wird heute auch schon weg. Warum denn Arschweil? Na gut. Ah, klar. Ah, klar. Ah, klar. So, das muss jetzt der Stick gewesen sein. Oder auch nicht. Hä? Ah, klar. 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 Dankeschön für das Zequels, ich guck dir da nicht lang. Ach, Frau. Ich guck dir, das hier hat schon mal nichts gebracht. Hier. Und da müsste das jetzt... Da sind wir. Wow. Es muss aber für dich bereits hauen. Ah, aber ich komm hier hin. Hat also zumindest schon mal was ge... Ach nee, hier wär ich doch so hingekommen. Ach, Mann, Alter. Kannst du nicht einmal zu mir sagen, hast du Feinden gemacht, Ronny? Verdammtes Scheiß-Spiel. Ach, du Scheiße. Nein! Boah! Kannst du nicht einmal reagieren, wenn ich den Scheiß-Tast nicht bedrücke? Fuck, ein Idiot. Geht doch. Mann, hier ist schon wieder ein Arschweil. Warum war dieser Arschweil? Was haben wir denn damit? Ach komm jetzt. Nein. Nein. Ich bin nicht mehr ein Arschweil. Ich bin nicht mehr ein Arschweil. Ich bin nicht mehr ein Arschweil. Mann, das ist eines für einen Arschweil. Raketen rum. Mal gucken, ob ich die nochmal finde. Ah ja. Easy. Was? Ach, die Stelle. Oh Gott. Hä? Wer von wo denn war? Hier vielleicht auch noch einer. Oh Gott. easy easy verkackt willmehr wohlmehr willmehr korrekt so ok oh my god die wirtschaft geschaffen auf der entfernung leider nichts okay jetzt kommt der witzige part hier naja witzig und sind davon nicht für sterben hier war voll sequels oder nein aber egal weil ich irgendwo so okay das haben aber ich bin echt gehabt weil die waren vor noch auf der seite auf der seite auf beiden seiten geheimräume wo man denn diese diese schutzentwicklung herbekommen so 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 oh alter so 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 in die Tieren und überall diese Kanten hier rausnehmen. Super zum Hängenbleiben, scheiße zum Spielen. Klappe jetzt. Das letzte Wort habe immer noch ich. So. Was ist da oben? Scheint gar nicht mehr, war das überhaupt was? Hier kommt man glaube ich hoch. So, jetzt müsste ich da genau... Ne, hier komme ich nicht drüber. Hier war aber so, als ob man da rüberkommen könnte. Das scheint sich eh nicht zu geben. Und jetzt hier war ich nur da, wie? Und jetzt hier war ich nur da, wie? Schon auf den Kopf gesprungen. Hier gibt es auch so einen Raum. Nice. Ah, ich will jetzt auf der anderen Seite. Ernsthaft Leute, ihr müsst ruhiger werden. Dramatische Musik Der Berge ist in der Karte. Der Berge ist in der Karte. Dramatische Musik Was ist das? So ging es ja bei der anderen Seite nicht runter. Da war doch auch so ein Ding. Da wird doch auch aufgedrückt, oder nicht? Hier, hier. Da liegt das Tartel drin. Da gibt es tatsächlich keins. So, wir haben nur 100 Gegner vor uns. Aber jetzt haben wir uns vor Sassim holen. Mann! Kann ich da ruhig stehen bleiben? Ja, aber ich sollte nicht. Oder? Ich glaube, ich gehe lieber hier hin. Von hier habe ich einen besseren Zuschusspunkt. Oh Mann, ich wollte doch Speicher nicht neu laden. Oh Mann, das ist zwei. Oh, das war's. Oh, ich dachte, das war's. Come to me! Ich denke lieber hier, hier habe ich eine gute Barte, was so taktische Manöver angeht. Ich denke, es ist ein Panel, ja, ich denke, es ist ein Panel, das ist ein Panel. Alter, ich kann dieses Arsch wohl gar nicht anvisieren. Das war natürlich voll für den Arsch. Oh Mann, Alter. Fahrzeug ist jetzt halt hier. Kann der Arsch wohl doch mal stillstehen bleiben? Alter, ich kriege den nicht gefasst. Hey, da wollte ich nicht arbeiten. Ja. 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 Das ist traurig. Ja. Mann, ey! Ah, kann doch ein bisschen dauern. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt zuerst den Archwell erledigen, weil sobald ich den anderen erledige, wird der wieder vom Archwell hochgezogen. Das bringt ja nichts. Von daher brauchen wir jetzt viel Geduld. Das habe ich gar nicht. Ich glaube, er ist weit. Hast du jetzt gerade echt einen Event wiederbelebt? Ein bisschen Stück? Bevor du gestorben bist hier? Kleine Mist geworden. So, jetzt kann ich nämlich einen nach dem anderen erledigen. Angenommen, ich komme runter. Was tut denn jetzt der? Ach, Gott. Kommt jetzt hier auch was Wasser rein, oder was? Oh, nein. 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 Ja, kommst du mal? Wow, hätte ich gar nicht gebraucht. Die lebt immer! 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 So! Die lebt immer! 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 oder die lebt immer! Die lebt immer! Der lebt immer! Der lebt immer! klar gar nicht ok aber ich habe schon mal eine strategie ja das ist echt genial wie absolut gar nicht das funktioniert ja ja Off. Gut. Ah, god. Gut. Ja, das war dum. Aber die hier war schon mal gar nicht mehr losgeschätzt. Digger, warum fliebe ich nicht so weit wie ich hoffe? Oh, Mann, ey. Ich könnte auch heulen. Jetzt reicht's mehr. Letztes. Ach so, habe ich bereits aufgefüllt. Das ging aber nicht mehr. Okay, bei dem warte ich jetzt erstmal besser hier oben angekommen ist, den würde ich eigentlich nicht umbringen. Okay, bei dem warte ich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist es? Oh! Ah! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Woh! Ah! kommt der schreck kacko die man rein er ist Was ist denn das so wirklich unterwegs, tatsächlich? Cool, jetzt kann ich das auch mal wieder machen. Was ist denn das? 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 Was? 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 Ich glaube Was? 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 Was alte Schaltenschalterеты outrageous! Das hat alles. Also was auch immer, dass die geöffnet hat? Es müsste noch offen sein! Na egal! So! Wir haben also soweit gute Werte! Sollte erst mal reichen! So, dann würde ich mal sorgen. Fuck, sonst klappt das immer. Ich habe mir wahrscheinlich kaputt gesät gelassen. Ach Gott. Jetzt bin ich hängen geblieben. Das passt normalerweise immer so wunderbar gut. Ach Gott, was tue ich hier eigentlich? Okay, Fick off, Fick off, hier raus, alle raus. Dann kann ich die für uns nicht überspringen, wegen weil Dummheit oder inkompetent. Jetzt reicht es nicht mehr. So, hier kann man nämlich jetzt einfach durchlaufen. Und normalerweise, wenn man sich nicht ganz so dumm anstellt, dann kann man eigentlich auch die Imps einfach locker umrunden. Aber irgendwie war ich gerade auf Drogen. So, damit kommt dann nächste Woche das Level. Und wir auch wieder von Anseiten beschossen werden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na gut, okay. Nächstes Mal. Wie gesagt. Da Level 27 habe ich ja in zwei Teile geteilt. Also, ja. Kommt in 29.30 Uhr, kommt die nächste Woche. Und dann auch mal gucken, mit was wir dann weitermachen eigentlich. Habe ich absolut keinen Plan. States of America. So. Wir hätten... Ah ja. Jetzt kommt erstmal sowieso der Mindtest ran, diese Woche noch. Ansonsten, hier haben wir... Oh, ist ja gar nicht mehr aktuell. Ist ja noch... Doch, doch ist richtig. Genau. Nein, ist nicht richtig. Doch, ist richtig. Genau. Äh. 29 kommt direkt das Mal dran. Und um 29.30 Uhr. Ja. Und dann kommt... Sigildoom wird da wahrscheinlich nicht ran, weil Sigildoom kommt ja erst erste Woche Mai raus. Wurde ja schon wieder verschoben. Ähm... Ja, man hört einen leicht genervten Unterstuhl raus, weil äh... Irgendwie ist es mittlerweile Standard der Spiele, egal was für ein Spiel rauskommt. Es wird immer erstmal fünfmal verschoben, bis es irgendwann rauskommt. Scheinbar haben sich alle eine Scheibe beim BER abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Äh... Auf jeden Fall steht dann vielleicht noch ein Back to Saturn X2. Aber eigentlich gar keine so schlechte Idee. Aber ansonsten haben wir hier auch noch ein paar andere Sachen. Mal gucken. Dummseite 2... Oh... Hexen... Diese ganzen Vanillagames... Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn wir dann wahrscheinlich das hier weiterspielen. Beziehungsweise habe ich auch überlegt. Äh... Sigil machen wir vielleicht zweimal. Kann ich ja gleich mal eintragen. Einmal Vanilla. Und einmal normal. Und bei dem Vanilla-Spiel, wenn ich mich mal überlegen, ob ich da den ersten Mal auch Vanilla Doom, also Ultimate Doom aufnehme. Heißt also, dass wir praktisch alle fünf Staffeln. Doom, die drei Staffeln. Dann die Staffel, ähm... Ultimate Doom. Und dann die Staffel Sigil Doom. Äh... Praktisch hintereinander. Direkt spielen, also Vanilla Let's Play. Da muss ich mal gucken. Äh... Also lasse ich ja erstmal raus. Das steht wie gesagt noch raus. Mal gucken. Joa. So, auf jeden Fall steht der Dinger. Dann sehen wir uns dann zum Meisters Let's Play, beziehungsweise zum nächsten Doom Let's Play wieder. Schau mit V.